Schau mal zu Nancy Lanzendorfer aus Washington zugeschaltet. Wie ist denn der Ermittlungsstand derzeit? Was weiß man? Ja, ob der Schütze beispielsweise gezielt zu genau diesem FedEx-Gebäude gegangen ist, ob es sich beispielsweise um eine Rache-Tat handelt, darüber kann im Moment nur erstmal noch spekuliert werden. Denn man ist ziemlich früh bei den Ermittlungen. Eine Sprecherin der Polizei hat gesagt, es ist auch noch zu früh zu sagen, ob es sich beispielsweise bei dem Schützen um einen Mitarbeiter von FedEx gehandelt hat. Und eben die Ermittlungen laufen. Auch ein Motiv gibt es noch nicht. Das FBI hat seine Hilfe jetzt bei den Ermittlungen angekündigt. Nancy, die letzte Zahl, die ich hier gesehen habe, mindestens sieben Verletzte. Zum einen stimmt die Zahl, zum anderen, wie geht es denen? Ja, wir haben auch gehört, dass vier Personen mit Schusswunden in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Eine Person ist im kritischen Zustand. Zwei Personen sind vor Ort behandelt worden. Die konnten dann nach Hause gehen. Und weitere Personen, hat man auch gehört, sind dann noch selbst ins Krankenhaus gegangen. Nancy, danke schön für diese ganz aktuellen Informationen aus den USA. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.